hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge heute mit steven lewandowski für mich einem der absoluten customer success experten im deutschsprachigen raum wir widmen uns der frage was würde sich ändern wenn aus der begrifflichkeit customer success customer value werden würde was würde sich ändern wie wäre die interne positionierung wie würden sich die rollen verändern wie wäre das zusammenspiel zwischen dem bereich marketing sales und produkt ganz viele fragen noch mehr antworten und da springen wir jetzt direkt rein herzlich willkommen lieber steven herzlich willkommen steven hei björn freut mich hier zu sein und endlich haben wir es geschafft ja und vielen dank für deinen extra impuls wir haben geschaut was ist ein catchiges thema bei der historie da kommen wir gleich zu gibt es ja mannigfaltige punkte aber ich fand den impuls von dir zu sagen was wäre wenn wir aus customer success customer value machen und was würde das verändern in den strukturen super super spannend das soll unsere leitfrage für heute sein bevor wir das tun kurzer kontext zu dir vielleicht ein mini abriss was du alles gesehen hast und warum du eine absolute experten position im deutschsprachigen raum hast ja dank dir absolute ehre hier zu sein durch was zum bruch noch mal das kann man gleich initial erwähnen ganz toll freut mich sehr genau zu mir knapp seit 24 jahren in der it unterwegs über projektmanagement rollen über customer support rollen über 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 genau services rollen bin ich vor knapp zehn jahren dann im b2b saas gelandet zwischen elf habe über customer success manager wollen wo ich die kundenbeziehung verantwortet habe aber auch das onboarding verantwortet habe im sinne von training und enablement dann über team lead rollen über eine director rolle im customer success zu einer bp rollen customer success ist dann zum chief customer officer geschafft und habe es in der zeit glaube ich geschafft einen guten breiten überblick zu gewinnen aus was ist von sales start-up erfahrung was von dem sales gemacht im pre sales gemacht was wirklich bei kunden landet was wird im onboarding enablement gemacht um die plattform auch wirklich auf ein stabiles fundament zu setzen und die nutzer auf ein stabiles fundament zu setzen bis hin zum customer success management was ist nötig um auch langfristig diese plattform dann entsprechend gut zu befüttern und sich auf die richtigen und da werden wir natürlich ausgiebig drüber sprechen um auf die richtigen themen zu fokussieren damit das auch erfolgreich beim kunden platziert wird und ganz zum schluss habe ich als chief customer office dann entsprechend alles von handover im grunde verantwortet bis zum account management also services support customer success management und account management und daher kann ich glaube ich da relativ breit daraus berichten grob zu den verticals von komplexen b2b saß enterprise tools wie signabio prozess management über crm bei hubspot und dann e-commerce salesmanico war da auch ein bisschen was dabei und genau seit einem jahr jetzt als advisor kommen noch ein paar andere sehr gut ja und du spielst es so fast schon schweizerisch so im nebensatz wenn man sagt dass allein inhaltlich ist das schon cool jetzt mit signabio glaube ich mit gero zusammen aufgesetzt die ganze basis dann erfolgreich an sap geexited dann hubspot und dann noch mal in die große konzernwelt also von daher sehr sehr viel nicht nur name droppings sondern sehr sehr viel inhaltliche bandbreite und expertise dann lasst uns rein weil als wir in der vorbesprechung waren dachte ich mir das das wird eine super folge und die verkaufe ich nicht nur sondern du meintest hey customer success der begriff passt dir nicht oder eigentlich müsste man ihn schärfen und weiter so also von der wichtigkeit braucht man niemanden mehr zu überzeugen aber ich habe mitgenommen es ist die falsche botschaft die ich irgendwie durch durchs unternehmen transportiere genau wir sehen es ja immer wieder dass wenn wir einerseits schauen was bei linkedin in podcast und co besprochen wird wenn wir das mit der realität versuchen in einen Schand zu bringen du selber bist lang genug im go to market unterwegs dass du weißt okay wenn du die standard ansetzt die man so in der literatur liest versucht im unternehmen zu platzieren dass man dort erst mal schauen muss okay was finde ich eigentlich vor und dass wir dann grundsätzlich erst mal schauen müssen mit was für einem unternehmen habe ich es zu tun mit was für teams habe ich es innerhalb des unternehmens zu tun und vor allem aber auch welchen und dann sind wir schon beim begriff welchen value möchte ich beim kunden denn eigentlich auch generieren warum ist der kunde mal zu uns gekommen wie hat es unser vielleicht sdr das marketing geschafft diesen kunden überhaupt bei uns in unser ökosystem zu bringen und verstehen wir selber eigentlich gut genug was die kollegen da zu uns gebracht hat und wir hatten initial bei der intro eben auch kurz drüber gesprochen wie oft wir selber auch tools gepitcht bekommen ja und wenn man dann gerade richtung value mal rücksfragen stellt ja an die kollegen die man dann am telefon oder im call hat dass man entsprechend auch merkt okay das thema ist definitiv noch nicht breit genug platziert und wird innerhalb der unternehmen auch noch nicht ernst genug genau um wirklich zu sagen okay welches unternehmen aber auch welchen stakeholder habe ich denn eigentlich am telefon und was muss ich denn eigentlich sagen und in welche richtung muss ich den kunden lenken oder im prospekt lenken um überhaupt diese qualifizierte kompensetzung führen zu können und genau da sehen wir auf jeden Fall ganz viel bedarf noch um diesen value in den vordergrund zu bringen und daher ist dieser beruf customer success immer schwierig weil ich könnte jetzt wahrscheinlich 30 personen fragen das mache ich auch bei meetups oder bei panels immer mal ganz gerne was ist denn für euch customer success so und dann kommt natürlich der erste meistens im dachraum kommt dann an und sagt ja das ist jemand der war mal im sales oder möchte nicht im sales sein und hat am liebsten auch keine revenue verantwortung und kümmert sich um meine kunden und möchte auf meetups gehen kunden kennenlernen und dafür sorgen dass die adoption hoch geht so dann gibt jemand anders vielleicht die hand und sagt na ist das nicht eigentlich support nur irgendwie mit ein bisschen mehr tool insights und daten ja und dann kommen die anderen sagen klingt besser oder kommt der nächste und sagt naja sollte das nicht irgendwie eigentlich account management sein ja die aber irgendwie auch weiß ich nicht das telefon dreimal mehr in die hand nehmen wenn die kunden auch anrufen ja auch so ein bisschen nur schon was reaktiv und proaktiv und dann hast du natürlich so die perspektive die wir dann wahrscheinlich eher einnehmen würden wo du sagst na ist es nicht eigentlich eher ein thema oder ein aspekt was das unternehmen und vor allem die unternehmensführung in die strategie einbringen muss und ob du das dann den customer value ob du das eine value framework oder wie das auch immer benennst ich arbeite gerade mit einer gruppe dran wo wir uns das thema in richtung customer net growth anschauen was so zusätzlich zu product net growth ein ansatz ist wo wir versuchen das thema icp value framework und engagement models da reinzubringen um das aufs ganze unternehmen zu münzen und da siehst du schon allein aus dem thema gerade jetzt kommst du zu einer person die davon noch nie was gehört hat und sagt ja sorry jetzt hast du mich endlos verwirrt ich weiß immer noch nicht was customer success ist und genau da haben wir glaube ich das problem dass wir das nicht wissen und ich habe natürlich auch deinen podcast mit christian und linus gehört wo ich dachte das ging genau in die richtige richtung ja die sachen die linus erwähnt hat so bezüglich eine revenue abversion gerade im europäischen zentraleuropäischen bereich was christian so aus seinen teams erzählt hat also stickt sich eins zu eins auch mit meiner erfahrung und genau wie initial gesagt wenn du dann auch schaust wie komplex ist dein produkt wie komplex sind deine kunden was repräsentierst du eigentlich kein customer success oder was anderes sein deswegen mein ansatz für gewöhnlich immer ist rauszoomen das wirst du wahrscheinlich ganz gerne hören rauszoomen aus dem customer success und erstmal schauen was muss eigentlich gemacht werden ja was muss eigentlich gemacht werden was erwartet der kunde was erwarten wir als unternehmen für ein outcome und dann zu schauen wer das ganze eigentlich umsetzen muss und dann siehst du vielleicht ganz schnell okay es ist nicht der klassische csm ich brauche vielleicht eher ein projektmanagement team oder ich brauche vielleicht eher ein produkt was das ganze eher drüber bringt und dann kann ich in die richtung kommen wo das geht und daher spreche ich inzwischen auch eher mit den ceos und faunern um zu sagen okay wo fangen wir denn eigentlich an wo ist eigentlich initial dein customer success bedarf von dem du befürchtest dass es ist kleine anekdote just kürzlich hatte ich erst die anfrage das hauptprobleme customer success ist dass die kunden nicht rechtzeitig die rechnung bezahlen das sind da so anfragen die du bekommen und denkst du dann denkst okay das sollte nicht das hauptprobleme in einem customer success management team sein aber so breit kannst du das dann aufmachen wenn du möchtest meine andere anekdote wäre wenn du ein einigermaßen professionellen vertrieb hast dann hast du ja irgendwann eine return on investment eine impact kalkulation ich merke dass gerne diese kalkulation vergessen wird sobald der vertrag geschlossen ist und dann quasi irgendwo hingeschoben wird und das ist eine für mich immer einer der der größten momente zu sagen ich hatte doch sicherlich mal irgendwie mit dem kunden mal irgendwie hypothesen getrieben an den und den wert treibern oder value treibern wollt ihr drehen wo sind wir denn jetzt und dann schauen mich alle irgendwie verwirrt an eigentlich nicht verwirrt zu sagen ja du hast schon recht aber ich habe keine ahnung und vielleicht gehen wir da einfach mal ein bisschen rein weil du hast super viel gesehen ich habe eine vermutung wie man es also woher kommt es und wie kann man es eventuell auflösen also meine vermutung ist einmal unklare begriffsdefinition insbesondere im deutschsprachigen raum plus nochmal ein komplett unterschiedliche grundhaltung ja wir haben so dieses success ich möchte den kunden erfolgreich machen einige würden glaube ich noch vorher einsteigen und sagen ich möchte erstmal den kunden dass der happy ist dann bin ich halt so user orientiert und das andere thema ist aber dass ich glaube ich in keiner also im sales prozess habe ich zumindest mein decision making unit das ist gelernt oder gelernter aber das gleiche habe ich im customer success auch das heißt ich habe ja selbst wenn wir bei dem begriff success bleiben habe ich mindestens zwei ebenen einmal aus den anwendern und aber auch abstrahiert auf den value den impact auf unternehmensebene kannst du mir folgen und siehst du das ähnlich oder woher denkst du dass da dass es da noch so so quietscht im gebelg 100 prozent und gut dass du auch gesagt hast mindestens diese zwei ebenen weil das ist gerade wenn wir so aus dem sag ich mal ich habe klassisch ist immer schwierig aus dem komplexeren b2b saß umfeld kommen da hast du für gewöhnlich zwei ne was du dann klassisch irgendwie so als power user und decision maker oder executive sponsor nennen was wir da so haben kann in der praxis natürlich auch nochmal komplexer sein spätestens wenn er dann irgendwie noch den cfo vielleicht persönlich mit da drin haben muss ne weil es natürlich irgendwie ein hoch strategisches projekt das ja auch ein produkt ist und da fängt es glaube ich schon an also einerseits kurz zu diesem ganzen thema was jetzt mal irgendwie grob als handover kurz abstempen würde seit unendlicher zeit sprechen wir über handover so und handover sind dann häufig wem spreche ich warum spreche ich wie lange seid ihr schon im kontakt was wollen sie erreichen das ist dann aber schon von dem was ich sehe leider manchmal schon fast kündig disziplin und ja noch ein paar details dazu die wichtig sind aber genau was du gesagt hast dann gibt es stellenweise die roi calculator online ja oder es gibt dann hast du top sales reps ja die da wirklich vorher in die recherche gehen und sagen okay was sind gerade die strategischen challenges meiner kunden was wollen die erreichen wie bringe ich dieses das ganze netz trotzdem ein roi thema wie kommuniziere ich das im salesprozess und das ist dann überhaupt nicht teil des handovers eventuell wird es erwähnt aber es gibt dann kein follow up meilenstein der zum beispiel an meilensteine die sagen okay jetzt geben wir das weiter jetzt mal ganz plakativ gesagt wir geben das weiter an customer success die machen irgendwie vielleicht onboarding und ein kickoff call ganz mal nach schema f müssten die da nicht irgendwie zumindest direkt einen meilenstein haben nach drei monaten vier monaten sechs monaten wo steht okay haben wir das denn überhaupt ansatzweise erreicht nein dann wird in den meisten fällen komplett neu auf einer grünen wiese gesagt okay wir müssen irgendwie time to onboard definieren wie lange brauchen wir für so ein onboarding dann kommt time to value wir müssen time to value identifizieren da wird auch nochmal komplett neu angefangen zu sagen was ist denn eigentlich der value dann wird wahrscheinlich sehr auf die adoption geschaut auf das produkt geschaut ne und da komme ich dann weg vom handover zum zweiten thema haben wir denn überhaupt verstanden und da merkst du da sind wir schon wieder bei einem viel größeren thema was dann auch richtung produktmanagement go to market gesamt ist haben wir denn überhaupt verstanden ob wir eine necessity oder commodity sind haben wir verstanden wer die decision maker sind wenn ich ein hoch strategisches produkt bin ja was unternehmensweit eingesetzt wird und von dem die value chain meines unternehmens abhängig ist dann sollte es eigentlich für unsere mannschaft relativ einfach möglich sein zu formulieren okay wir schaffen es deine prozesse 20 prozent schneller zu machen damit sparst du x an an kosten in einem unternehmen und kannst folgendes damit reißen relativ einfach zu formulieren und wahrscheinlich auch der cfa zu überzeugen aber ich hab's häufiger dann mit cfa zu tun die dazu kommen und sagen ja wir kommen da an die entscheidungsträger nicht ran wir schaffen es dann nicht irgendwie die gespräche zu führen und dann merkst du ganz schnell ja ihr seid eine commodity ihr seid ein tool ihr seid nett ihr seid eine tolle plattform super produkt aber ihr bewegt nichts ihr berührt überhaupt nicht die value chain eurer kunden das kann irgendwie alles von teilweise muss sustainability sein teilweise irgendwie beim health management habe ich es gesehen und anderen und dann musst du überhaupt erstmal wirklich passt beim uhrschleim anfangen und zu sagen okay wie vermitteln wir das ganze überhaupt weil du berührst nicht den umsatz du berührst vielleicht noch nicht mal irgendwelche prozesse du machst sie nicht effizienter und wenn dein haupt argument ist ich sorge dafür dass deine unternehmen und deine mitarbeiter glücklicher sind spätestens dann musst du es irgendwie an personalzahlen verbinden und sagen okay mitarbeiter fluktuation was auch immer ne aber da sind wir schon wieder bei einem ganz anderen thema da sind wir weg von gut und marken sind eigentlich beim unternehmen bei unternehmensvisionen wahrscheinlich sogar ja und das ist super spannend ich glaube also du hast ja erwähnt kleiner mini werbeblog fürs buch warum habe ich das buch geschrieben unter anderem oder warum hat es vier dimensionen und eine davon ist post sales und das ganze thema das was ich vorne propagiere liefere ich das ab beziehungsweise bekomme ich halt so ein beschleunigungseffekt dahin weil da ist wenn ich wirklich klar bin dass ich mehr wert stifte und ich habe ein tool was ich mittlerweile für alle meine beteiligungen noch kundeneinsatz bin ich sehr gespannt was du dazu sagst dann habe ich ja genau für alle neuen kontakte weiß ich ganz genau hey so schaue ich messbar auf den value ich gehe rein und sage hey typischerweise habt ihr die und die herausforderung wir haben die die und die gelöst bzw wie löst ihr das worauf schaut ihr auf die kennzahlen so also es macht vieles einfacher und deshalb ist es so ein kreislauf was ich um dahin zu kommen was ich mittlerweile mache auch kein rocket science aber ich sehe es zumindest noch nicht so häufig ist so eine value driver value tree analyse um zu schauen auf welcher flughöhe spreche ich denn wie oder muss ich entlang meines sales cycles oder der buyer journey argumentieren aber häufig ich habe zum beispiel einen kunden bis auf den den oder die mitarbeiterinnen so shopfloor wirklich industrieunternehmen wo man denkt hey das ist so richtig granular ja aber das die liefern transparente einblicke um dann perspektivisch produktivität und co zu steigern und wenn du dir anschaust was wir da quasi durch bottom up Transparenz in die ganze quasi in deren value chain reinbringen kannst du dann halt mittlerweile bis auf vorstandsebene abstrahieren aber da musst du halt erstmal verstehen an welchen strippen du wie ziehst bzw welche implikationen das haben da finde ich methodisch einfach so ein werttreiberbaum sehr einfach um zu schauen wie muss ich denn meine meine argumentationsstaffette strukturieren hast du irgendwie erfahrungen gemacht und da bist du ja schon beim thema beim thema value framework ne und das ist ein thema was du in der praxis was dir wahrscheinlich auch in vielleicht einem einstelligen prozent satz der kunden begegnen wird wenn überhaupt ne wo du siehst okay da gibt es schon value framework beziehungsweise haben sich die unternehmen das ist sehr sehr toll gesagt über value driver überhaupt mal gedanken gemacht ja was sind value driver deines unternehmens und medialfall das sieht man oft so auch so bei forrester value framework sind so veröffentlichen gibt es noch andere oder hast du und hast auch value metriken die du dem entgegensetzen kannst ja weißt du was treibt den value und wie machst du das ganze messbar und dann im idealfall für dich als unternehmen aber auch für die kunden und das entsprechend zu vermitteln dass du das den kunden zustellen kannst und sagen kannst hier dir decision maker ich hab dir das mal kurz vorbereitet ja hier das kannst du intern so weiter nehmen und das was ich zu beginn mal meinte dieses ganze thema von icp value framework engagement model dass das füttert genauso in diese richtung weil wenn du ich sag jetzt mal mit einer customer success oder customer value brille auch den icp erstellt um zu verstehen was in was für regionen gehe ich rein was für vertikals gehe ich rein so klassisch sales wie du da reingehst haben wir auch tausendmal gemacht aber verstehe ich denn auch was das für die dauerhafte kundenbeziehung vom icp für eine bedeutung hat habe ich denn wir haben schon über necessity commodity gesprochen unterschiedliche entscheidungsträger verstehe ich denn genau woran die interessiert sind warum die kaufentscheidung für unser produkt mal gefallen ist ich habe bestimmt schon dutzend mal ceos gab die mich gefragt haben sag mal ist die und ist das normal dass wenn ich in die kaffeeküche gehe ja oder bei uns irgendwie in einer lounge unterwegs bin oder so und ich frage meine customer success manager manchmal auch ae's und co was denn eigentlich meine kunden da eigentlich reißen wollen ja oder warum die kunden sind ist das normal dass ich das so gut wie nie eine antwort kriege ist das normal dass ich da ganz selten mal was kriege wo ich wirklich sage ja das kann ich als executive irgendwie vertreten ja das würde ich ähnlich steuern das sind häufig so ganz ganz operative themen ja das sind irgendwie ja die wollten deine plattform haben oder die wollten da was digitalisieren oder die wollten hier was machen aber warum gab es die kaufentscheidung ja warum zahlen die uns einen hohen sechsstelligen betrag im jahr um das um das ganze hier zu machen diese frage wird äußerst selten qualitativ beantwortet und genau und das brauchst du eben um diese gespräche überhaupt führen zu können ne und wenn du jetzt noch mal auf dieses value framework rüber gehst das füttert dir dann da rein was treibt den value wie mache ich es messbar wie kommuniziere ich es ne und dann bist du nachher bei deinem flywheel oder es gibt auch manche nütze bowtie letztens habe ich was von dem belt gelesen ja dann hast du halt irgendwie was in und dann raus genau gibt es irgendwie tausend sachen ich glaube wenn man es richtig macht dann funktionieren da einige einige ansätze genau long story short das ganze musst du einmal durchdacht haben und damit bist du auf unternehmensführungsebene und spätestens wenn du das ganze thema value ernst nimmst kannst du nicht sagen hier dir head of customer success du bist jetzt ein jahr bei uns du hast angefangen drei leute einzustellen du hast dich um onboarding messaging welcoming kickoff success planning gekümmert jetzt mach doch mal bitte ein value framework ja so was machen wir eigentlich warum machen wir ich weiß es selber nicht so ganz setz mal bitte auf nebenbei neben deinen 40 kunden und deinem sechsköpfigen team und mach das mal kann ich mal kurz einen kleinen konzernausflug geben im konzern wäre das anders habe ich auch live erlebt da stellst du mal eben von einer großen beratung sechs value advisor ein ja die seit jetzt im prozessmanagement ist eine klare methodik klare zielvorgabe die seit 20 jahren nichts anderes machen als große projekte zu machen in der richtung dann setzt du die da dran und die setzen dir in ein zwei monaten da einen top value framework auf ja mit dem du dann deine kunden 1a befüttern kannst zeigt dir überhaupt wieder wie aufwendig das ist und wie sehr du erwarten kannst dass jemand das mal nebenbei macht oder sich vielleicht erstmal grundsätzlich darauf fokussieren soll also da auch kleine kleiner wunsch in die unternehmensführung dieser welt da auch manchmal einfach ein bisschen realismus reinzubringen und zu sagen okay wie managen wir strategische und konzeptionelle arbeit mit der operativen bedarf ja was ich sehe dazu also ohne jetzt den klischees auszuatmen aber ich was ich gelernt habe ist was super wichtig ist ist so klares rollenverständnis und dementsprechend halt auch nicht nur rollenverständnis sondern eine dementsprechend auch dazugepassende skills und kompetenz so was meine ich damit wenn man dann mochte ich das sofort als du gesagt hast hey lass uns mal lösen von customer success in richtung customer value was das ja mitbringt ist ein ein wirklich tiefes schon fortgeschrittenes wirtschaftliches verständnis zu sagen nicht nur irgendwie ich mach den kunden happy sondern was habe ich wirklich für nutzen so und wenn man jetzt du kennst es noch viel viel besser als ich wenn ich mir anschaue welche profile so im deutschsprachigen raum im customer success sind egal ob account management und onboarding specialist und co dann fehlt halt häufig dieses gesamtstrategische nennen es wirtschaftliches verständnis wie wirklich diese diese sachen zusammengreifen und von daher dachte ich es ist super als leitbild wie würden sich also a die wertschätzung zu customer success erstmal im unternehmen verändern aber wie würden sich halt auch nochmal die rollenprofile verändern und letzter punkt und dann höre ich darauf zu reden dann darfst du gerne wieder was du auch so vorhin im nebensatz gesagt hast einer meiner aktuellen lieblings baustellen klingt immer so diskutierlich ist die starke verknüpfung von customer success mit produkt was auch irgendwie wie ein lowbrainer klingt aber zu sagen hey wir sind auch vorne mit hypothesen gestartet und oder wir wissen das weil wir bestimmte segmente schon x mal durchgedrungen haben aber wie messen wir denn den weg dorthin damit wir in diesen impact kommen gerade aus dem aus dem gespräch wo wir sagen ja geht um um schulung eigentlich aber wir wir schauen jetzt gerade wie kann ich denn freigesetzte zeit der arbeitenden bevölkerung in richtung produktivitätssteigerung hochrechnen und wenn ich das aber als customer success team irgendwie manuell mehr aus dem system ziehen muss und oder halt auf die falschen parameter schaue komme ich halt niemals dahin dass ich so ein value narrativ spinne ein kurzer werbeblock in eigener sache mein neues go to market buch ist endlich im druck und kann ab sofort vorbestellt werden darin teile ich meine langjährige operative erfahrung und tiefgehende einblicke aus über 100 b2b software start ups und scale ups du bekommst praxisnahe beispiele und konkrete anwendungen aus meiner täglichen arbeit mit early stage start ups und meinen investments als business angel von der segmentierung deiner zielkunden bis zur steigerung der sales velocity mein eigens entwickeltes go to market flywheel bietet dir einen umfassenden leitfaden für sich selbstbeschleunigendes wachstum den link findest du in den show notes werbung ende und nun zurück zur folge ja und da sind wir glaube ich ganz schnell wieder bei dem thema wer wer profitiert denn eigentlich von dem was entsprechend auch wieder auch wieder gemacht wird also wir haben ja einerseits hatten wir vorhin das thema mit wen wir auch guiden müssen und da sind wir glaube ich auch wenn ich das richtig verstanden habe sind wir auch ganz schnell wieder bei dem thema wie führen wir denn eigentlich auch unsere ansprechpartner beim kunden das heißt verstehen wir deren karrierefahrt verstehen wir deren richtung verstehen wir deren interesse in welche richtung die eigentlich gehen wollen und wie vermitteln wir das ganze dann da sind wir wieder bei dem necessity commodity thema vermitteln wir das ganze und verkaufen wir das ganze dann an die entscheidungsträger nach oben um dann entsprechend sagen zu können was für ein impact da eigentlich war wir ergänzen eine dritte komponente wäre also für mich ist es einmal eine kundenperspektive nur eine interne perspektive weil das eine thema ist ja wie spiegelst du das mit produktnutzung weil wir machen das ja auch da nicht zum also a wenn wir wissen so nutzt der kunde sowohl die user perspektive als also erstmal user perspektive wird kunden wie sieht kundennutzung aus und das andere thema ist ja wie abstrahieren wir daraus den mehrwert idealerweise sünken wir den mit dem was sales jetzt mal vor vertragsabschluss gemacht hat und wie entwickeln wir das gemeinsam weiter dann sind wir mit dem thema expansion so schaue ich drauf ja macht das sinn ja das glaube ich total und da ist es ganz gut glaube ich dass du auch diese produktperspektive mit reingebracht hast weil ich sage mal kleiner kleiner ausblick oder einblick in meinen hintergrund ich komme aus der wirtschaftsinformat ja das heißt das ganze thema prozessmanagement software engineering war ein großer bestandteil meiner initialen reise was mich dann auch aus diesem bereich irgendwie zu signal wie damals geführt hat was dafür gesorgt hat dass wir auch gerade dort einen sehr engen austausch zwischen product customer success und 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 sales sag ich zwar in im weitesten sinne weil auch account management so ein bisschen mit reinfloss hatten wo klar war dass wir verstehen müssen wer unsere ansprechpartner sind das von vornherein klar war wir brauchen irgendeinen austausch mit der kundenbasis aber auch mit unserem customer success management das klar ist okay wir verstehen die anfragen die über die kunden reinkommen wir müssen aber auch verstehen was unsere kunden direkt sagen wir das heißt wir hatten einen engen austausch von produktmanagern chief product officer und kunden auch mit custom advisory board und andere kundengruppen die wir dort entsprechend hatten und der wichtige aspekt der dabei auch dann rumkam war genau dieses thema nochmal zum value was kann ich aus den daten sehen kann ich aus den daten sehen und da sind wir schon wieder bei einem thema was auch von unternehmen zu unternehmen sehr stark abweichen kann beispiel prozess management ich sehe an den daten relativ oder verstehe relativ wenig über den mehrwert des managements dieses dieses ansatz das heißt du kannst du unternehmen ein kleines silo haben eine kleine insel haben die sagt wir müssen prozess management machen wir brauchen eine cloud plattform wir müssen kollabrieren müssen das machen das können in einem hunderttausend person unternehmen unternehmen und mitarbeiter unternehmen können es aber auch 20 mitarbeiter die damit anfangen und sagen wir müssen das weit machen super adoption in dem tool ziehen ihre reports machen alles alles toll sagt mir aber noch gar nichts über den unternehmenserfolg das heißt ich muss da auch so ein bisschen das verstehen das verstehen wie tief ich da auch das unternehmen im grunde penetriert habe dann muss ich verstehen wie ich diese daten nutzen kann und die dann auch in dem ebr qbr oder wenn ich die auch gar nicht mache in irgendeiner form dem kunden präsentieren kann ne habe ich die richtigen daten den richtigen impact den ich auch den richtigen staycon wiederum präsentiere größter fehler ist einfach ein qbr aufzusetzen den seniorsten staycon den ich habe einzusetzen ein paar slides voll zu machen mit so ein paar metriken und dann ist dann hier guck mal was für tolle daten wir gezogen haben weil die werden dann mit der frage kommen coole daten aber was sagt mir das denn jetzt also intern habe ich davon gar nichts mitbekommen und kann ich jetzt mein management so auch nicht zeigen ich verstehe das auch nicht also was mache ich denn jetzt damit ne und das zeigt ja auch wieder du musst halt die richtige story erzählen ne und da bist du halt auch wieder so beim storytelling gebro hat das damals bei uns immer ganz spannend die dragon story genannt ne du musst irgendwie die dragon story erzählen können und die ist dann besonders wichtig dass du dann reingehen kannst und sagen kannst okay wir haben verstanden ihr macht prozessmanagement ja so das ist eine coole methodik die muss eigentlich vom management ausgesteuert werden ja so gibt es einen großen logistik konzern ich meine jetzt tolles meeting in singapur gab da hatten wir einen neuen ceo der kam direkt rein und meinte hier mach alle prozessmanagement so wir haben jetzt hier so ein playbook gemacht jeder manager der hier reinkommt muss prozesse atmen trinken essen leben ja muss er einfach machen und da war klar wenn du nicht in prozessen denkst ja dann wirst du dir wahrscheinlich keine karriere machen und damit war klar okay alle denken so und dieses ganze thema prozesse war dann entsprechend aufgehangen das war aber eine absolute luxussituation woanders musstest du dafür sorgen und dass die leute verstehen was ist vom thema prozesse musst du da erstmal hinkaufen wer benefitet davon wer ist der prozess owner in dem fall wie kannst du darstellen dass diese person daran beteiligt war diesen prozess zu verbessern zu effizienter zu machen und da kommst du ein bisschen dahinter ah wir können dich richtig gut dastehen lassen wenn wir sagen dass du diesen prozess optimiert hast und die kosten um 20 prozent gesenkt hast in einem globalen konzerten zack das richtig platziert oben berichtet bist du da crm ganz anderes thema wer profitiert bei einem crm von dem thema wen kannst du so gut darstellen lassen dass sie zum beispiel ne weiß ich nicht den irgendwas im go to market einen lead prozess optimiert haben wen lässt du da gut darstellen welches starten ecommerce noch ein anderes beispiel von der daten vom daten ansatz super easy weil von jedem kunden hast du den umsatz im tool du kannst bei jedem deiner kunden sofort sehen ich habe deinen umsatz um 20 prozent erhöht also wenn du das nicht präsentiert bekommst ja dann kann ich dir auch nicht mehr helfen und jetzt bist du bei ganz anderen tools du musst erstmal rausfinden okay was ist der impact und deswegen vorhin fand ich toll dass du gesagt hast mindestens zwei ebenen weil das können auch noch ganz andere ebenen sein ne und wenn du dann ne ich wäre ja schon froh wenn die zwei ebenen sauber irgendwie zu sagen hey 100 prozent mein direkter ansprechpartner meine ansprechpartnerin ist happy weil ich habe ihr ihm irgendwie die tägliche arbeit erleichtert und ich kann es abstrahieren was hat denn die geschäftsführung davon da wäre ich ja schon happy so nicht despektierlich klingen aber also da wäre ich ja schon happy wenn wenn das viel von early stage unternehmen klar und deutlich irgendwie benennen könnte 100 prozentig und das manchmal einfach gechallenged zu bekommen ich habe momentan manchmal das gefühl mein job besteht zu einem großteil heutzutage daraus zu challengen ja also der sparringspartner zu sein der sagt denkt dann immer drüber nach ja oder schaut euch das thema mal an diese person die wieder geheilt hat wird das nicht schaffen ja die wird es nicht schaffen also prozesse alle zu definieren 60 kunden zu managen und deine net retention von 96 auf 130 zu bekommen ja das wird auch in den nächsten vier monaten vermutlich nicht klappen und dann schauen wir uns das thema nochmal vom grunde an und schauen okay was kannst du denn wirklich schaffen ja und das ist auch ein thema was ich dann gerade von der von der vcpe eben so ein bisschen gespiegelt bekomme diese fragen muss man jemand stellen ne und wenn du gerade da habe ich sehr von profitiert aus meiner zeit mit wo ich in einem board von einem private equity unternehmen saß wo wir sehr starke operating partner im spiel hatten genau die genau diese sparringspartnerwolle eingenommen haben ja die was die position ist die ich heute öfter mal einnehme die reinkommen sich anschauen was ihr da tut und genau diese fragen stellen ja wann hast du dir da eigentlich mal richtig irgendwie die finger dran verbrannt ja was für hires haben die da geholfen gibt es Leute im netzwerk die da helfen können und da sind wir dann dabei was wahrscheinlich auch im großteil deines deines doings heutzutage ist zu schauen gehen die dinge in die richtige richtung kann man das entsprechend mit antreiben sieht man dass der fluss in die richtige richtung geht und ja die richtigen impulse zu setzen und dann zu sagen okay das das kann funktionieren aber noch viel wichtiger ist ich glaube man sieht heutzutage sehr schnell was kann nicht funktionieren und ja und verzeihung wenn ich da einhaken darf was ich sehe und ich glaube das ist insbesondere für customer success gültig ich sehe dass diese dass die strukturell also einfach strukturell falsch aufgestellt ist und oder unzureichend weil das was wir jetzt besprochen haben ist ja ich bin ich bin essentieller teil der wertschöpfung des unternehmens also ich bin sehr sehr wichtig bin mindestens genauso wichtig wie 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 sales und ich sehe dass häufig dieser stellenwert überhaupt nicht da ist dass die strukturen dafür nicht da sind dass der abgleich zu produkt nicht da da sind dass ich eher in so einer nitty gritty operations richtung irgendwie abbiege sehr fokussiert auf user innen und ich aus mehreren gründen halt nicht ernst genommen gesprächs oder sparring partner bin zu sagen hey wir haben hier richtig massive probleme wir haben wir verkaufen vorne produkte die nicht funktionieren wir verkaufen produkte die du hast gesagt na das ist so wie heißt es immer so ein painkiller versus vitamin ja wir wissen hey wir verkaufen irgendwie zwölf monate und unter hinter vorgehaltener hand wahrscheinlich wird kein kunde verlängern ja dieser sehr selbstbewusste haltung zu sagen wir haben hier ökonomisch früher später ein massives problem weil wir nicht den value kreieren und abliefern dieses profil von leuten sehe ich tendenziell weniger im customer success und das ist auch glaube ich eine wichtige bewegung die wir da sehen ich muss mich gerade mal an deinen an deinen podcast mit linus erinnern da du das ganz toll diskutiert mit dem thema die revenue verantwortung nach aufzunehmen was nicht heißen muss dass account management und direkte umsetzung im customer success sieht aber success qualified leads gute kollaboration mit sales wie auch immer das aussieht da möchte ich mir gar nicht zu viel vor weg nehmen hängt ja auch von senior manager in deinem unternehmen ab wie sind die strukturiert hast du zählst wieder der account management mit macht und so weiter und fort aber du musst gerade heutzutage wenn es darum geht ein nachhaltig auch erfolgreiches unternehmen zu bauen ja was dann auch grüne zahlen schreibt und wenn man in naher zukunft musst du entsprechend darauf aufbauen da kommt dieser customer net growth gedanke her dass du entsprechend von vornherein denkst wie on boarde ich und hole ich die kunden rein die auch nachhaltig erfolgreich sein können und da musst du von vornherein verstanden haben denn man nennt seit 20 jahren value based selling ja wie mache ich vielleicht vorne ein bisschen value based selling wie mache ich darüber ein proper handover drüber wie bringe ich das in eine customer organisation rein wie auch immer die geartet und strukturiert ist und wie schaffe ich es kontinuierlich ne da sind wir wieder bei so einem flywheel thema dieses thema und diesen wert dann auch wieder zu kommunizieren den kunden zu vermitteln und aber auch weiter zu bringen und damit bist du automatisch bei einem expansion gedanken wo du sagst okay wenn ein kunde mehr wert sieht dann kommt dafür gewöhnlich auch mehr umsatz raus weil entweder treibst du das die plattform nach vorne du machst cross sales up sales mehr nutzer drauf irgendwas wird passieren genau müsste man mich immer noch vom gegenteil überzeugen dass dann nicht mehr umsatz kommt wenn man kunden erfolgreicher macht und das ganze dann auch zu vermitteln und deswegen ziert auch sage ich mal diese die ausrede irgendwie nicht mehr dass man sagt okay man möchte keine umsatz verantwortung haben oder man möchte da nicht direkt beurteilt sein weil ich habe zu ganz vielen meiner teams auch öfter mal gesagt so wir sind im b2b wir sind im b2b saß wir reden über unternehmensbudgets ihr zieht niemandem geld aus der tasche ihr nehmt niemandem das taschengeld weg es geht hier nicht um die rente von tante gerda oder sonst wem es geht um budgets von unternehmen und ihr müsst euren kunden vermitteln warum sie folgendes erreichen können und dafür budget x brauchen um weiter zu machen das ist euer job es ist euer job die erfolgreich zu machen und die weiter zu bringen und das ist genau das gleiche was eure kunden mit ihren kunden wiederum wahrscheinlich genauso machen mit dem b2b sind und genau und da muss man glaube ich manchmal einfach immer putter bei die fische das ist der job das ist das unternehmen ihr wollt alle einen job haben ihr wollt dass das hier erfolgreich weitergeht und da ziehen wir alle an einem strang und genau und das ist das ist im endeffekt glaube ich dann einfach go to market alle müssen da verstehen in welche richtung das geht alle müssen verstehen dass mehr umsatz dafür wichtig ist und ich verstehe es dass heutzutage noch schwerer geworden ist die richtigen leute dafür rein zu holen also nochmal größtes verständnis für alle die da draußen hirn ich glaube heute in einem pre series a startup customer success und sales leute rein zu holen die mit einem entrepreneurial spirit reinkommen und mit dir die nächsten jahre das ding aufbauen ist deutlich schwerer nochmal als vor zehn jahren geworden aber die leute brauchst du und dabei unterstütze ich dann auch immer gerne die leute rein zu holen die wirklich mit dem drive drin sind und sagen ich baue das mit euch auf ich mache das ganze erfolgreich und renne mit euch auch eine weile diese strecke dann lass uns das doch als als schlusspunkt nehmen und sagen für die leute die jetzt etwas aufbauen mit all dem wissen von dir und mir ja lass uns doch mal eine top drei top fünf liste machen was was muss diese person können beziehungsweise sag mal so was sind die bausteine für für eine nicht nur geile rolle im customer success ich sag mal jetzt customer value ich fange mal an also für mich wenn ich ich würde nur wenn ich jetzt nochmal jung wäre und sage hey ich bin entrepreneur mäßig hingestellt würde ich nur gehen wenn ich vom founder team signalisiert bekomme hey du bist hier ein essentieller teil ein wesentlicher teil nicht nur der wachstumsgeschichte sondern halt der des kundenmehrwerts und der internen verzahnung also wenn diese augenhöhe und die wirklich nicht nur platitudenhafte verankerung nicht gegeben ist würde ich nicht kommen absolut das muss gegeben sein also du musst auch wenn du mit dem aufbau mandatiert wirst ja von einem team was einen strategischen impact bei einem unternehmen haben soll und du bist nicht bei der erstellung eines icp oder bei der erstellung der okas oder der strategie mit teil da würde ich das ganze mal hart hinterfragen ob das ganze wirklich ernst gemacht ist das muss definitiv teil davon sein ja ja gibt es noch baustellen also ich würde immer schauen hatte ich auch schon mehrfach im ich weiß gar nicht mehr wer aber ich würde immer fordern starken schulterschluss zu product weil wenn ich nicht dauerhaft mit daten verknüpft irgendwie arbeiten kann also erfahrungsgemäß das eine thema ist arbeiten das andere thema ist aber auch so ein generelles mindset und eine haltung im unternehmen wäre für mich auch einen ledigen indikator zu sagen wenn irgendwie kommerzialisierung produkt sehr hart voneinander getrennt ist müsste man nochmal grundsätzlich irgendwie ans setup reingehen wäre für mich als high high profile kandidatin auch fast schon ein red flag würde ich nicht machen absolut es muss eine product go to market verzahnung geben genau wie man es ja irgendwie kennt dass irgendwie AEs noch mit product telefonieren und sagen hey da kommt was ganz tolles ja und dafür brauche ich vielleicht nochmal ein zwei argumente oder brauche ich in einem call das gleiche muss ja von der kundenseite passieren damit du entsprechend auch diese expansion motion ernst nimmst das auch klar ist okay ich weiß dass ich das was ich für prospects machen muss muss ich vielleicht in einer ähnlichen form auch für meine bestands kunden machen um die bei starre zu halten das muss einen ähnlichen wert haben das kann man immer nicht 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 verallgemeinern aber ja das muss gegeben sein und ich würde dazugeben gerade noch dass je nachdem in was für einer nische du bist ne also ich habe von signal immer kurz erwähnt weil das war methodisch natürlich ein sehr starker bereich für solche bereiche und das kann vielleicht auch für für crm vielleicht für e-commerce zielen ein hintergrund und verständnis für diesen bereich und für die die value generierung diesem bereich ist essentiell ja du musst verstehen okay was treibt die leute an wo kommen die hier was was ist was ist der pain den die spüren ne auch ein bisschen gespür für die für die für das environment in dem die drin sind das hat man auch während covid glaube ich gemerkt welche csmais haben es geschafft auch da zu navigieren zu sagen okay ich verstehe was euch gerade trifft ja ich verstehe was covid vielleicht für einen impact auf eure branche hat ja und ich kann damit irgendwie wie umgehen und kann das irgendwie ein bisschen vermitteln hundertprozentig ein verständnis für die situation ihrer kunden weil das wie ein guter guter freund von mir der habri aus aus amsterdam auch immer sagt in the end we're selling to people ja so das ist einfach was was immer wahr bleibt und man ja immer wieder begegnet sagtest du mir noch nur jedes mal es ist absolut essentiell einfach nicht zu vergessen dass ich mit menschen umgehe und menschen versuche einer der karriere zu unterstützen andererseits auch einen mehrwert zu vermitteln und du machst das nicht für dein unternehmen du machst das in erster linie für die kunden die dort was reißen wollen mit dem verständnis dass das umsatz für mein unternehmen generiert super schlusswort dann haben wir unsere top drei sehr cool steven eine letzte frage die darfst du entweder beruflich oder privat beantworten mit all dem wissen was du schon hast was lernst du aktuell was du noch nicht so richtig gut kannst was ich aktuell lerne was ich noch nicht so gut kann ist ehrlich gesagt free diving ich habe vor einem jahr mit meinem großen sohn der ist jetzt 14 habe ich einen taugschein gemacht und da sind wir ganz fleißig am tauchen und habe aber nebenbei überbrückt in dem ich einen free diving kurs gemacht habe und ich ganz ehrlich gestehen muss dass man dieses atmen sehr regelmäßig üben muss und ich habe das in kürzester zeit geschafft von knapp anderthalb minuten luft anhalten aus ein halb minuten habe ich geschafft okay das war mit so disziplinien disziplin und atemübungen war das relativ schnell möglich aber da muss ich definitiv wieder mehr tun ich glaube ich bin nicht mehr bei den dreieinhalb minuten und da möchte ich definitiv noch weiter kommen weil es ist ein erlebnis für eine weile ein paar minuten einfach unter wasser zu sein und einfach nichts zu hören und nur teil davon zu sein also sehr cool da brauche ich mehr zeit für und temperaturen super ganz herzlichen dank für deinen besuch für für das geballte wissen da war extrem viel drin und ich bin mir sicher dass das feedback entsprechend ausfallen wird lieben dank ihr noch einen tollen tag und sicherlich bis ganz bald dank dir für deine zeit bis bald das war's für diese woche vielen dank dass dabei warst jede woche spreche ich mit ausgewählten gründerinnen fachexpertinnen und investoren über die herausforderungen und das meistern von wachstum mit fokus auf b2b startups von 0,5 bis 10 millionen er gemeinsam teilen wir lessons learned best practices bei der skalierung nach dem product market fit wenn dir die folge gefallen hat hinterlasse mir gerne feedback auf linkedin oder schenke mit ein kurzes like eine rückmeldung hilft mir jeder folge noch ein bisschen besser zu werden bis zum nächsten mal